Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Montag, dem 13. August 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 435 und ich darf euch heute oder jetzt diese Woche wieder begleiten. Heute sind das mit den folgenden Themen. Mojave, Siri Shortcuts, HomeKit 2.0, Philips Hue, Apple Pay, Microsoft Aktien und VR Headset. Mein Gott. Ja, Apples Sonderseiten und zwar zwei deren hat eben der Konzern aus dem Cupertino eingerichtet und zwar zum kommenden iOS 12, also dem mobilen Betriebssystem, sowie auch für macOS Mojave, dem Betriebssystem für euren Mac, Mac Mini, MacBook, was auch immer ihr das so habt. Und bei den ganzen beiden Seiten hat Apple diverse Dinge aufgelistet, wie ihr vorgehen müsst, wenn dann schon bald das neue Update kommen wird. Wir wissen ja, kurz irgendwann nach der IFA findet jeweils, irgendwie so Anfang September, Mitte September, das Apple Event statt. Da zeigen sie die neuen iPhones und manchmal auch ein bisschen mehr. Dieses Mal wird ja wild spekuliert, dass wir noch Macs sehen könnten, dass wir noch iPads sehen könnten. Vielleicht bleibt Apple Watches. Wir werden es sehen. Das Event wird es zeigen. Auf jeden Fall zeigen euch die beiden Sonderseiten auf, was ihr tun müsst und dürft. Zum einen ist es die Kompatibilität prüfen, welche Geräte sind noch kompatibel, respektiv sind eure in eurem Besitz besitzen, Backup erstellen und so weiter. Wie ihr da vorzugehen habt, hat wie gesagt Apple euch schön aufgelistet. Und ja, schaut mal nach, welcher eurer Macs, respektive iPhones ist da noch mit dabei. Ich habe dieses Jahr Glück, inklusive meinem 5S iPhone. Das schnückelige, kleine geht alles noch mit einer Runde weiter. Dann sind Neuigkeiten aufgetaucht in den Betas oder in der Beta von iOS 12 zu eben dem kommenden iOS 12, was ja bald schon da sein wird. Ich habe gerade davon gesprochen. Und da sind Neuigkeiten bei Siri Shortcuts aufgetaucht. In der Zukunft, also eben in iOS 12, könnt ihr ja dann mehr mit Siri machen und Siri auch gewisse Dinge, Aufgaben und so weiter mehr mitgeben. Und da hat sich jetzt auch HomeKit eingeschlichen. Klingt toll. Wenn es dann auch richtig funktioniert und ihr gewisse Dinge automatisiert ablaufen lassen könnt, vor allem gekoppelte Geschichten, dann wird das Ganze sicherlich sehr, sehr spannend. Ich bin schon sehr gespannt auf Shortcuts. Ja, gibt es Pläne für HomeKit 2.0? Der Ausruf am Anfang zu HomeKit 2.0 war ein bisschen groß gegriffen. Das war ein Beitrag, den ich auf der Applepage.de Seite mitbekommen habe. Wie gesagt, Apple ist dem The Threat Group beigetreten. Das ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, unter den einzelnen Smart Home Geschichten einen einheitlichen Standard zu schaffen. Und das ist das, was ich schon seit vielen, vielen Jahren, wo ich mich jetzt mit dem Thema auseinandersetze, immer wieder gesagt habe, es fehlt der gemeinsame Standard. Sprich, dass sie im WLAN kommunizierenden Produkte oder auch im Bluetooth kommunizierenden Produkte oder noch auf weiteren Wellen kommunizierten Smart Home Produkte miteinander sprechen können. Das wäre schon definitiv wichtig, denn nur dadurch wird die ganze Industrie und das Ganze drumherum wachsen können. Wir dürfen mal gespannt sein. Google, Amazon und so weiter sind da schon ein bisschen länger dabei. Jetzt ist Apple auch noch reingegangen. Und die, ja, wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir dürfen nur abwarten und, ja, sehen dann, wohin uns das Ganze trägt. Ein bisschen Licht wollte Philips reinbringen. Und wie schon Anfangsjahr angekündigt, gibt es in diesem Jahr einiges Neues an Produkten. Einige davon haben wir auch schon gesehen und auch schon hier und auch im News-Podcast darüber berichtet. Jetzt gibt es Light Strips für den Outdoor-Bereich. Wenn man dann gerne eure Sträucher oder was ihr auch immer da draußen vor dem Haus habt, beleuchtet haben möchtet und das nicht nur mit einzelnen Spots, dann könnt ihr das mit den Strips machen, wie ihr es auch von dem Haus drin kennt. Also ich habe mehrere von denen verbaut und bin sehr zufrieden damit. Und die Dinger sind jetzt wasserdicht, spritzwassergeschützt etc. Müssen sie natürlich sein. Und zwischen zwei und fünf Meter habt ihr da die Möglichkeit. Auch wurden neue Produkte im Bereich des Badezimmers vorgestellten runder Spiegel mit integriertem LED-Kreis rundherum. Ich freue mich schon auf die IFA, wo ich dann sicherlich die neuesten Produkte in dem Bereich bestaunen kann. Und ihr natürlich auch, wenn ihr da seid. Dann gibt es neue Zahlen. Wieder mal leider nur von einem Analyst. Und dieses Mal ist es der Gene Munster. Wie man das auch immer richtig ausspricht. Der ist schon seit Jahren in dem Business tätig und hat immer wieder mal mehr oder weniger gut getroffen. Und seine neueste Aussage ist jetzt, dass Apple Pay anscheinend bei 252 Millionen aktiven Nutzern weltweit ist. Das wäre ein Plus von 25% im Vergleich zum letzten Jahr. Was somit auch heissen würde, dass rund 31% der aktiven iPhone-Geräte, die so rumschwirren auf diesem Planeten, mit Apple Pay ausgestattet sind. Die es auch regelmäßig nutzen. Das wäre ja eine wunderschöne Zahl, wenn das in den Bereich geht. Und dürfte hoffentlich der eine oder andere Bank auch mal hier in der Schweiz, aber auch in Deutschland, wo es bald starten wird. Und natürlich auch in Österreich ein bisschen zum Grübeln geben. Macht einfach mit. Ihr habt nichts zu verlieren. Mehr zu gewinnen, würde ich doch behaupten. Ja, dann geht es nochmals um ein bisschen Geld. Vor kurzem kamen ja die ganzen Quartalszahlen, unter anderem auch von Microsoft. Die waren richtig gut. In diversen Bereichen hat Microsoft ein Plus gemacht und teilweise ein sehr schönes Plus gemacht. Und das hat sich natürlich auch auf die Börse ausgespielt. Da ist nämlich der Börsenwert auf eine Rekordhöhe gegangen, auf 826,2 Milliarden. Also allzu weit sind sie auch nicht mehr von einer Billion entfernt. Und ja, was hat der Chef von Microsoft gesagt? Ja, er möchte einen Großteil seiner Aktien verkaufen. Das Ganze ist jetzt, wie teilweise halt Sommerloch von einigen aufgenommen, nicht aufgrund eben dieses Höchststands vom Aktienkursgeschehen, sondern das ist ein Plan, der schon länger angetreten ist. Wie es immer so ist, wenn man irgendwo CEO wird oder vielfach so ist, wenn man CEO wird, gibt es da gewisse Verknüpfungen und Möglichkeiten und auch beim Lohn, die dann über die Zeit ausbezahlt werden. Und anscheinend ist es jetzt mal so weit, dass eben einiges an den Aktienanteilen verflüssigt werden dürfen. Somit, liebe Investoren, müsst nicht gleich zittern. Microsoft geht es ziemlich gut, wie man so sehen kann. Die Nintendo Switch. Da ist im letzten Jahr schon mal was aufgetaucht und jetzt soll es wieder passiert sein. Eine versteckte Funktion, bei der es um den Bereich VR geht. Das nährt natürlich den Gerüchteboden ganz stark und es ist wieder mal zu, ja, man liest wieder mal überall ein bisschen davon, dass anscheinend Nintendo auch einem VR-Headset am Arbeiten ist. Wenn es soweit ist, keine Ahnung. Wie gesagt, ist ein kleiner, ja, Code-Teil, der dazu aufgetaucht ist. Wir dürfen gespannt sein und ich denke, vor der nächsten E-Thury werden wir dazu eh nicht allzu viel erfahren. Wenn schon, wäre es ja nicht schlecht. Weihnachten steht ja auch schon wieder bald vor der Tür. Das waren es die News, die ich heute für den Montag habe zusammentragen können. Ich würde mich freuen, wenn wir uns, oder ja, wenn ihr mich die kommende Woche, ja, das eine oder andere Mal belauscht und das eine oder andere mitnehmen könnt von den ganzen News, die ich somit für euch aufbereitet habe. In diesem Sinne, euch einen erfolgreichen und tollen Tag. Bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.